Musik Domenik, wieso muss ich manchmal zum Arzt gehen, auch wenn ich mich nicht krank fühle? Liebe Leonie, das ist eine richtig interessante Frage. Wenn du bei uns vorbeikommst, ohne dass du krank bist, dann nennen wir das Vorsorgeuntersuchung oder Gesundheitscheck. Gemeinsam mit dir und deinen Eltern schauen wir uns deine Gesundheit genau an. Das haben wir schon gemacht, gleich nachdem du auf die Welt gekommen bist und im Mutter-Kind-Pass sieht man da, wie oft man das machen soll. Auch wenn du später öder wirst, sollte man regelmäßig auf die Gesundheit schauen, weil es leichter ist, dich zu bewahren, als nachher wieder zu heilen, wenn du krank bist. Ab 45 sollen zum Beispiel alle Frauen die Brust regelmäßig untersuchen lassen und ab 50 sollen alle Menschen den Darm über eine Darmspiegelung untersuchen lassen. Weil gemeinsam wollen wir schauen, dass du gesund bist und möglichst lang gesund bleibst. Willkommen beim Gesundheitszentrum Salvida. Bei uns finden Sie alles unter einem Dach. Von Fachärzten über Therapeuten bis hin zu Operationen, darunter auch Eingriffe bei Krampfadern oder Gelenkproblemen. Termine ohne lange Wartezeiten garantieren Ihnen eine rasche und qualitativ hochwertige Behandlung. Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer Gesundheit arbeiten.